Inzwischen auf dem Polizeirevier. Fiete und Dörte verhören die Einbrecherkönigin Fassaden-Uschi. So, jetzt mal Butter bei die Fische, Fassaden-Uschi. Du packst jetzt sofort aus. Wie ist dein richtiger Name? Keine Ahnung, wie ist denn dein richtiger Name? Schnauze. Wachtmeister-Schnauze oder Hauptwachtmeister-Schnauze? Wachtmeister. Ich bin Hauptwachtmeister. Wä? Börnsen, Petzold, fahren Sie sofort in die Schabbeckerstraße. Unser verdeckter Mittler steckt in Schwierigkeiten. Na los! Triton! Triton! Na, alles tippitoppi? Oh je, das ist unser verdeckter Ermittler. Hallo, können Sie mich hören? Wer hat das getan? Frazetti. Giovanni Frazetti, der Drogendealer? Nein. Oder Toni Frazetti, der Sohn des Paten? Stimmt, das kann sein. Der hat ja auch diese eine Bank ausgeraubt damals. In dieser Straße, wo die gerade diese hässlichen Designerwohnungen bauen, für viel Geld. Wie hieß die Straße nochmal? Telemannstraße? Nee, aber stimmt, da werden auch gerade so hässliche Wohnungen gebaut. Diese andere Straße da am Bahnhof. Goethestraße. Goethestraße, genau. Und die Bank hat der Toni Frazetti ausgeraubt. Das ist nur diese alte Bank da mit der Fassade, wo die Säulen und Giebel überall sind. Wie nennt man das nochmal? Jugendstil? Nee, barock, glaube ich. Aber keine Ahnung. Müssen wir nochmal recherchieren. Lass mich bitte durch. Ich bin Chris-Moderator. Dankeschön. So, wir können dann bitte. Wie nennt man den durch Säulen und Giebel geprägten Baustil, der auf den Formenbau des griechischen Tempels zurückgreift? Ist es A. Spätgotik, B. Rokoko, C. Renaissance oder D. Klassizismus? D. Ja, die ist richtig. Wir kommen jetzt zu unserer 10.000 Euro Frage. Wer hat sie in den Rücken geschossen? War es A. Giovanni Frazetti, B. Toni Frazetti, C. Mario Frazetti oder D. Luigi Frazetti? Sie können auch jemanden anrufen. Ein Arzt vielleicht? Ja, sehr, sehr, sehr schade. Sehr schade, damit fällt er zurück auf 100 Euro.